Ja, hallo liebe Freunde, wir sitzen hier in Russland im Café, trinken hier genüsslich unsere Cola Light. Hier ist alles geöffnet, hier gibt es keinen Lockdown wie in Deutschland. Und trotzdem gibt es auch keine Leichenberge oder sonstigen Probleme mit Corona. Darum, wichtig ist, jetzt diesen unsäglichen Lockdown in Deutschland endlich beenden. Schluss mit diesem Wahnsinn. Wir müssen unsere Wirtschaft schützen, wir müssen unsere Arbeitnehmer schützen, dass die Arbeitsplätze nicht verloren gehen. Darum, Schluss mit dem Lockdown. Lockdown beenden. Andere Länder machen es vor, dass es funktioniert und dass es überhaupt keinen Einfluss auf die Corona-Fallzahlen hat, ob es einen Lockdown gibt oder nicht. Darum, Schluss mit dem Lockdown.